Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Ist Ihr Leben auch langweilig und öde? Möchten Sie nicht auch einfach mal viel, viel, viel Geld gewinnen und dafür einfach nichts tun, halt einfach nur zu überleben, so wie jeden Tag auch? Ja, dann haben wir heute das Richtige vor Euch, hier beim Tele-Stammtisch, denn wir sprechen heute über den Film Ein Jackpot zum Sterben auf Deutsch. Der ist jetzt nämlich gerade gestartet auf Prime Video in den Hauptrollen mit Aquafina und John Cena, besser bekannt jetzt bald nur noch als Aquacina. Und ja, ich habe mir gedacht, da spreche ich natürlich nicht alleine, so ein Top-Streifen. Da habe ich mir einfach den Johannes dazu geholt und wir möchten auch nur noch Joro genannt werden jetzt, oder? Erstmal hi, Johannes. Hi, ja, finde ich super. So Couple-Teams, das braucht man. Definitiv. Couple-Namen, das ist immer gut. Shipping-Names, das habe ich gesucht. Shipping-Names. Aber Joro ist okay. Ich habe davon nicht lange nachgedacht, aber wären sie bei Aquafina auch nicht. Aber Joro ist das Einzige, was sich gut angehört hat. Oder hättest du noch einen anderen Vortrag? Finde ich gut. Finde ich auch gut, ne? Ja, nee, alles andere klingt, glaube ich, komisch. Ja, ich habe auch nur zweimal hin und her versucht. Das hat sich nicht so, Seranis, nee, Seranis klingt auch nicht cool. Das klingt eher wie so eine Schinkenart. Ich würde sagen, die Wortwitze sind schon fast auf dem Niveau vom Film vielleicht. Da weiß ich doch nicht so genau. Aber wie ja schon erwähnt, jetzt für Leute, die vielleicht den Podcast später hören, 15. August ist der Film jetzt gestartet. Auf Prime Video ist eine Eigenproduktion und ist so eine Action-Comedy. Aber ich will auch gar nicht zu weit ins Detail gehen, denn da hat der liebe Johannes, der hat einmal was vorbereitet und würde euch mal erzählen, um was ist eigentlich bei, ich benutze aber heute unbedingt den originalen Namen, weil ich finde Deutschland wieder richtig dumm, Jackpot. Um was es geht. Ja, bei Jackpot sind wir theoretisch, ist das ein dystopisches Sci-Fi-Setting, aber wir sind nur in der nahen Zukunft. Die ganze Wirtschaft ist im Arsch, alle sind arm. Also hat sich Kalifornien gedacht, wir erfinden die große Lotterie. Du hast es schon ein bisschen angekündigt. Eine Person wird zufällig ausgelost, hat dann das große Los, den Jackpot gewonnen. Aber es gibt natürlich einen Haken. Falls die Person überlebt, kann sie das Geld behalten. Aber wenn eine andere Person es schafft, innerhalb von einer gewissen Zeit sie umzubringen, gewinnt die Person das Geld. Und ja, das passiert jetzt Katie. Katie ist jetzt, war mal Kinderschauspielerin, versucht jetzt in Kalifornien wieder durchzustarten, hat vorher woanders gelebt, weil sie ihre Mutter gepflegt hat und hat keine Ahnung, wo sie da hineingeraten ist und trifft dann auf den, ja, Lotterie-Sicherheitsagenten Noel, gespielt von John Cena, der sie dann halt beschützt und dann geraten sie in einige turbulente Szenen. Erstmal vielen Dank dafür und das ist, das ist der Film. Ist eigentlich eine sehr einfache Prämisse, aus der man aber immer viel machen kann. Also ich erinnere mich da immer an so Sachen wie, Running Man ist ja nichts anderes, außer es geht halt um mehr als um Geld, es geht um das Eingeleben. Und ja, schwierig. Also ich würde mal, statt mit dem Film, mit einer ganz einfachen Suggestivfrage, würde ich schon fast sagen, einsteigen. Was würdest du machen? Würdest du eher die Leute killen und den Geldpot abstauben, alles an dich kreisen? Oder würdest du auch eher so ein Null-Typ sein, der versucht, die Leute dann eher zu retten? Sorry, also ich bin überhaupt nicht fit genug, eins von beiden zu machen. Ich würde, glaube ich, einfach in der Zeit nicht in Kalifornien sein wollen, weil ich weiß nicht. Also natürlich, in dieser Filmrealität ist es dann doch relativ einfach für Katie da zu überleben. Aber in der echten Realität sehe das natürlich ganz anders aus. Also ja, ich glaube nicht, dass ich da irgendwie zugemacht wäre. Du? Also ich mache mich immer unbeliebter, umso öfter ich selber eine Fragen gestelle und dann auch beantworte. Also ich würde einfach so tun, dass ich sie beschützen würde und dann würde ich sie wirklich in einem Moment einfach rumbringen. Also ganz easy, also ohne Schwierigkeit dann halt, wenn die mir vertraut. Weil, also es geht um 3,6, 3,8 Billionen, also Milliarden, ne? Und echt jetzt, also komm, also selbst wenn das in der normalen, ohne so eine Gameshow im Hintergrund wäre und ich dann keine Befürchtung vom Gesetz hätte, also mit 3,8 Milliarden, da kann ich mich auch aus dem Knast rauskaufen. Also das ist jetzt nicht so das Ding. Also ich wäre da ein richtiges Arschloch. Hier habt ihr es zuerst gehört, wenn irgendwann mal es um eine große Geldsumme geht, nähert euch Zero nicht. Das kann gefährlich werden. Ja, also ich weiß nicht. Also das ist wirklich schon sehr viel Geld. Also man fragt immer, was würdest du für so und so viel Geld machen? Boah, aber 3,8 Milliarden, das ist ja schon, also das gebe ich in fünf Leben nicht aus. Ich würde es versuchen, aber naja, ich glaube, ich wäre eher auch bei den eher verrückten Leuten, die da rumlaufen. Und da kommen wir auch mal zu den, finde ich, verrückten Leuten. Das sind nämlich die, die Jagd auf sie nehmen. Das sind ja wirklich aus allen Schichten und alle Leute, also wirklich jeder in Kalifornien jagt dann ja nach dem Geld nach. Was ich alleine schon als komedianischen Ansatz so richtig stark fand. Wie war das bei dir? Weiß ich nicht. Also ich weiß, was du meinst. Die Kostüme sind alle sehr drüber. Ich fand, das sah alles auch von den Kostümen her ein bisschen aus wie so ein langer Saturday-Night-Life-Sketch. Also sie ist dann bei so einem Vorsprechen und natürlich greifen sie dann ihre ganzen Konkurrentinnen beim Vorsprechen an. Dann landet sie auf einmal irgendwie in einer Judo-Schule und dann sieht man immer noch ganz viele unterschiedliche Szenen. Dann hast du die Punker, die Goth und keine Ahnung, die Großmutter. Alle greifen sie an und das ist so übertrieben. Ich musste auch bei einer Figur immer ganz hart an, wie hieß denn das, nicht Trainwreck, der Film im Zug. Da gab es doch auch so eine Maskottchen-Figur. Der Film im Zug. Das ist ein Film, der ist die ganze Zeit nur im Zug. Das ist auch ein Action, Action-Comedy würde ich den auch schon mit reinlegen. Und dort kommen dann auch verschiedene Killer, nenne ich es jetzt dann auch mal, auf den Plan. Ah, du meinst Bullet Train. Bullet Train, ja genau. Und da kommt ja auch so eine Anime-Figur, aber als Maskottchen drin vor. Und daran hat mich da auch eine Figur in dem Film halt hart erinnert, das fand ich halt schon lustig. Oder an, wie hieß er, aus der Sesamstraße, aus der Sesamstraßenpuppe, könnte das auch sein. Und da dachte ich, er wird so einen, der auf dich Jagd macht, ist schon lustig. Also ich sag mal, der Humor des Films ist jetzt nicht sehr hoch. Also da werden sehr leichte Witze gemacht, teilweise auch unter der Gürtellinie oder überwiegend. Aber manchmal brauchte ich das. Also ich weiß nicht, konntest du damit nicht so relaten heute? Doch, ich kann das auch nachvollziehen. Aber für mich wird da irgendwie zu wenig draus gemacht. Also Katie wird ja unter anderem auch von so einem Pärchen verfolgt. Die fand ich zum Beispiel ganz scheußlich. Also die waren so blöd. Also es gibt einen Gag, wo Wachsfiguren was miteinander zu tun haben. Das hat für mich noch funktioniert. Aber sonst fand ich die beiden so drüber und doof. Also auf so eine blöde Art drüber. Also die konnte man nicht ernst nehmen. Die soll man auch nicht ernst nehmen. Aber irgendwie, ich fand die so, ich fand die so, Jan, ich fand die auf so eine unangenehme Weise nervig. Und ich dachte, nee, nee. Also ich finde, der Film hat Momente. Und das liegt, glaube ich, vor allem einfach an Aquafina und John Cena, die ja beide wirklich super, die können einfach lustig sein. Und die haben eine ganz tolle Chemie. Da gebe ich dir 100 pro Recht. Also mit der Chemie zwischen den beiden ist das richtig, richtig nice. Wobei ich aber sagen muss, Aquafina, ey, die, die, ich muss leider schon sagen, die fuckt mich so oft in vielen Filmen so richtig ab. Ich kann die da nicht sehen und die nervt mich dann auch. Und die macht mir so ein paar Filme so richtig madig. Wo ich mir denke, boah, nee, die schon wieder. Und dann kriegt die auch meistens in Animationsfilmen nicht einfach eine Sprechrolle. Nee, sie kriegt eine Rolle, die auf sie zugeschrieben wird. Also die Figur, die ist eigentlich Aquafina halt. Keine Ahnung, als Sifin, als Hund, als sonst was oder als Alien. Und das, da spricht sie dann einfach in Stimme. Das ist jetzt keine Kunst, sich selber einfach zu sprechen. Und, oh nee, aber hier muss ich wieder sagen, boah, fand ich die unterhaltsam und auch sympathisch. Also überwiegend. Es gibt auch drei, vier C, wo ich sage, okay Mädchen, jetzt gehst du aber mir gerade wieder ein bisschen auf den Sack. Hör mal bitte auf. Aber sonst fand ich die halt richtig gut. Vielleicht braucht die auch einfach nur immer einen guten Gegenpark. Weil zum Beispiel in Shang-Chi, da haben wir den Darstädter Simu Liu nämlich auch drin, der hier auch mitspielt. Da fand ich sie nämlich nicht so cool. Okay, also ich liebe Shang-Chi, es ist auch mein Lieblings-MCU-Film. Ich bin sonst kein Fan davon und das liegt vor allem an den beiden. Ich finde sie so lustig. Ich finde halt wirklich dieses verpeilt schräge, das kann sie ja wirklich gut. Auch immer wie sie dann die Mimiken verzieht und immer Dings. Also was die für, ja, also ich finde es so lustig. Und es gibt dann ja auch eine Szene, wo sie so eine Gummimaske auf hat. Alter Falter, fand ich glaube ich die lustigste Szene im ganzen Film. Und das war kein guter Gag, also das muss man ganz stumpf sagen, das ist sehr, sehr flach. Aber wie sie es irgendwie rüberbringt, mit so einer Maske rumzulaufen. Humor hat sie, ist ja auch eigentlich Comedian oder war sie überwiegend ja früher. Jetzt ist sie glaube ich nur noch Schauspielerin. Oh Gott, ich erinnere mich gerade, weil ich es aufgeschlagen habe. Es gibt ja auch Filme mit ihr, die kennst du glaube ich auch, Quiz Lady. Ist ja auch gar nicht so alt. Habe ich leider noch nicht gesehen. Aber wenn du den guckst, denk an meine Worte, wo ich sage, manchmal finde ich sie halt wirklich überanstrengend. Und da in dem Film ist mir das halt dann auch aufgefallen, in Quiz Lady. Aber wir haben ja nicht nur Afra Fina, sondern auch John Cena. Und bei dem finde ich es natürlich richtig bemerkenswert, der ist ja jetzt schon seit ein paar Jahren im Filmgame auch dabei. Früher halt vom Wrestling. Und ich finde, der macht sich aber als Schauspieler halt immer mehr und mehr. Das hätte ich anfangs auch nicht erwartet. Hättest du gedacht, dass der da... doch so gut ankommt? Ja, also ich glaube, der wird jetzt nie der größte Schauspieler sein. Aber der kann halt sehr lustig, ich finde, auf eine sehr angenehme Weise auch selbstironisch sein. Du hast ja Trainwreck schon erwähnt. Das war ja diese Amy Schumer-Komödie. Da taucht er ja auch auf. Und der ist ja nicht zu schade, sich auch irgendwie ein bisschen lächerlich zu machen. Und es gibt hier ja auch mehrere Gags, wo es um Fürze und sonstige Sachen geht. Auf ihn bezogen oder auch auf sein Gesicht. Und das fand ich, also ne, der ist halt charmant. Der hat Charisma. Vor allem, ich finde halt, wenn der sich nicht so ernst nimmt. Der hat ja, glaube ich, mal angefangen, auch so im B-Movie-Action-Bereich. Und das braucht er, glaube ich, nicht. Ich finde auch, der ist halt einfach... Der kann richtig lustig sein. Das ist schon angenehm. Das ist ähnlich wie, also, hier Paul Feig oder Paul Feig hat ja hier Regie geführt. Der hat ja auch Spy gedreht mit Melissa McCarthy, wo Jason Statham auch mitspielt, der auch unglaublich lustig sein kann. Auf jeden Fall, Jason Statham fand ich auch gerade in dem Film richtig gut. Gut, dass man anspricht. Der Director des Films, der Regisseur, Paul Feig, der hat natürlich auch schon so ein paar Filme gemacht. Und da gibt es ja auch für viele immer so Hit und Miss. Ich bin eher so Team Paul Feig und ich habe gesehen, du auch so ein bisschen. Denn wir haben, glaube ich, beide einen Lieblingsfilm von ihnen und das ist Brautalarm, wenn ich mich jetzt nicht ganz getäuscht habe. Ich finde Brautalarm richtig gut. Ich finde Spy tatsächlich noch besser. Ich finde Spy so, so großartig. Das ist so ein komischer Film. Ich mag an Brautalarm und an Spy, dass es so Komödien sind, die sich nicht mit einer Handlung aufhalten. Weil, also, die hauen halt konsequent ihre Gags drauf. Das ist ja häufig ein Problem, dass Komödien dann irgendwie nochmal ernst werden. Und dann geht es auf einmal um was, wo ich denke, nee Leute, es soll hier nicht um irgendwas gehen. Ich will einfach nur lachen. Also so, ne, nackte Kanone halt. Ich will einfach 90 Minuten lang durchlachen. Und ich finde, das kriegt ja in den besten, in seinen guten Filmen kriegt er das hin. Ja, ich habe gerade seine Filmografie auf und er hat auch so Hit und Miss. Er hat natürlich auch so Sachen wie Ghostbusters. Ghostbusters, das ist ja kein Remake, denn Ghostbusters von 2016 gemacht mit dem Damencast ist jetzt natürlich nicht so gut angekommen. Auch Last Christmas, den ich gar nicht so schlecht fand, der ist natürlich auch nur so gut bis halbwegs angekommen bei den meisten. Aber wie du schon sagst, Spy, Brautalarm, nur ein kleiner Gefallen, finde ich auch richtig gut und unterhaltsam. Ähm, der Mann kann schon was und gerade wenn er in die Comedy geht, und hier sind wir in der Comedy, da hat er schon ein gutes Gespür und auch ein gutes Timing. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, es sind ja so Bits teilweise in dem Film. Du hast in der einen Szene, hättest du den einen Sketch machen können, in der nächsten wechselst du einfach nur den Standort. Und dann, wie gesagt, die sitzen im Auto und können sagen, das ist jetzt ein Sketch im Auto von Saturday Night Live. Und das ist mir leider auch ein bisschen schlecht aufgefallen, weil da einfach die Chemie von so einem Film so ein bisschen rausgeht. Und da muss ich auch sagen, dass da hätte man vielleicht ein bisschen eine kohärentere Story, die das vielleicht auch noch mit aufnimmt, weil so viel Fleisch ist ja sonst nicht dran. Ist dir das auch noch übler aufgestoßen? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil der Film ja am Anfang so eine Prämisse behauptet, die so ein bisschen in Richtung, ne, du hast Running Man angesprochen. Man könnte natürlich auch irgendwie an die The Purge-Filme denken. Also quasi, ne, sonst ist ja auch irgendwie so ein Battle-Royale-Ding. Das ist halt nur Behauptung, also das ist halt nur die Prämisse und da macht er halt gar nichts draus. Also irgendwie World-Building oder irgendwie sowas, das funktioniert gar nicht. Also es gibt dann halt so eine Szene, wie sie halt irgendwie, ich glaube im Bus oder sowas oder im Taxi da irgendwie die Stadt zieht und dann sieht man da halt so ein bisschen Pseudo-Armut. Aber das sieht halt auch wirklich, also es sieht halt scheiße aus, ne. Also ich finde, das ist halt auch irgendwie auf dem Niveau von so einem Saturday-Night-Live-Sketch. Das ist kein, also das ist mal ganz, das ist kein schöner Film. Ich musste auch so ein bisschen an seinen vorherigen Film denken, The School for Good and Evil, den hat er für Netflix gedreht, glaube ich. Und ne, fand ich auch richtig scheiße. Also das ist schon, ja, also ich finde, das sieht nicht aus wie ein Kinofilm. Ne, definitiv nicht. Aber darum muss ich ja sagen, für so einen Streaming-Anbieter, ich weiß, die hauen auch immer schon Millionen raus teilweise für ihre Filme. Aber für so ein Streaming-Ding, was wir dann natürlich meistens einfach mal so dann mitnehmen, weil wenn man den Anbieter hat, dann schaut man den Film auch. Finde ich, konnte man den aber dafür deutlich besser weggucken als so einige andere Graupen, die deutlich größer angepriesen werden. Die dann einfach nichts Halbs und nichts Ganzes sind. Der ist zumindest sehr konsequent, also ne, der weiß halt ganz genau, was er sein möchte und zieht das durch. Und der wird ja auch nicht viel gekostet haben, ne. Also du hast ja diese Stadt, das ist, das spielt ja auch in LA und ich glaube, das sollte auch sehr viel anspielen. Und dann gibt es halt irgendwie so ein, das war ja kein Wachsfiguren-Kabinett, doch, war das ein Wachs? Keine Ahnung. So ein Puppenkabinett und dann, dann hast du noch einen Gastauftritt von Machine Gun Kelly hier in seinem Haus und das ist ja auch schon sehr so ein, so ein LA-Film und es geht dann nachher halt auch um eine Schauspielerin und ja. Ja, der ist schon definitiv voll so mit Anspielungen und ich kann ja mal kurz so einen Satz zitieren, weil, ey, das macht der Film schon gut. Der haut so ein paar Sachen raus und wenn man, dadurch kann man den, glaube ich, auch noch ein, zweimal gucken, weil ich habe, glaube ich, bestimmt nicht alles mitbekommen. Und zum Beispiel sagt dann irgendwie halt Aquafina, dass Wrestlers und YouTubers are Movistars now. Das spielt ja ganz klar auf John Cena an und das ist halt alles, ist schon ein guter Humor, es ist gut geschrieben, es ist halt immer sehr, sehr viel und klar, irgendein Joke landet dann auch mal, ne? Es ist halt dieses Prinzip, ich baller und baller raus, irgendwas passt und hier hat das für mich zumindest besser gepasst als in anderen Filmen, dass die Jokes halt öfter mal gelandet sind, obwohl die natürlich viel infantilere Humor drin vorkommen. Wie schon gesagt, wenn John Cena mal auch Jokes über sich selber macht, ist es immer ganz gut, ne? Weil er tut ja keinem anderen damit weh. Aber wenn das dann irgendwie so, ich habe mich eingeschort, Jokes sind, oh ja, ja, schmunzle ich mal kurz und denke mir aber raus, so, ja, Bro, muss das jetzt wirklich sein? Ja, der Film hat ja den Vorteil, dass er ein enorm hohes Tempo hat, ne? Also der haut gefühlt in einer Minute so viel Gags raus wie andere Filme in, weiß ich nicht, in Szenen und dadurch ist halt, dann sind dann halt Gags mal dabei, die landen. Also ich muss da auch schon mal grinsen, aber so krass lustig fand ich den leider nicht, vor allem auch, weil der Gegenende, also diese ganze Storyline um die Figur von Simu Leo, die hätte der Film, finde ich, überhaupt nicht gebraucht, weil da wird ja tatsächlich irgendwie sowas vermeintlich Größeres aufgebaut. Aber das ist ja, also, das ist ja von Sekunde eins klar, was da passiert, oder? Oh Mann, jetzt machst du mir den Film kaputt. Ja, wo du es sagst, ja klar, verdammt, ja. Also ich sehe Simu Leo unglaublich gerne und er war hier deutlich besser als zum Beispiel in Atlas, da war er, also ich weiß nicht, was da passiert ist, da hatte er gar keine Ausstrahlung. Hier ist er halt, also, ne, der ist halt ultra sympathisch, der sieht gut aus, ich finde auch, der ist lustig, das hat funktioniert, aber diese Rolle, oh. Weiß ich nicht. Ja, also das klang schon, alleine beim ersten Bild, man sieht ihn auf einer Werbetafel, auf einer großen, wenn Aquafina noch ganz am Anfang im Bus fährt und wenn man das Bild sieht, denkt man sich schon, boah, das ist ja bestimmt, ist ein großer Name, ist bestimmt der Antagonist des Films. So, äh, warum auch immer, ne, ich fand das auch doof, den hätten, also, dass er dann mitmacht für drei, vier gute Jokes, halt, finde ich ganz gut, aber man hätte das jetzt nicht so ausspielen müssen, dass der auch noch nicht halt einer der richtig Guten ist. Und das ist halt wirklich so auf die Nase gebunden, dass das weiß man halt von Anfang an. Und dass die dann so ein großes Ding draus machen wie, ach, wie überraschend, ja, nee, also, nicht wirklich. Vielleicht für diese, wenn diese Leute, die in einem Film vorkommen, äh, die diese Rollen überspitzt spielen, wenn es die in Wirklichkeit genauso gibt, die denken wahrscheinlich, boah, das ist jetzt aber, hätte ich nicht gedacht. Aber ansonsten ist das relativ klar, was, was er für eine Rolle spielt. Und du hast recht, das hätte man einfach raus, rauskacken können. Ja, aber, ne, das ist halt auch kein subtiler Film. Also, auch, ne, wenn man sich den Trailer anguckt, der Trailer ist da halt schon sehr ehrlich. Also, ich glaube, wenn man den Trailer lustig findet, dann wird man den Film auch lustig finden. Wenn man den Trailer nicht lustig findet, ich glaube, dann wird man den Film auch nicht lustig finden. Das ist genau, genau das, was auf den Punkt bringt. Und ich kann nur sagen, für mich hat natürlich viel mitgespielt dadurch. Ja, es ist halt, äh, es geht schon ordentlich zur Sache. Also, die kloppen sich schon. Das sieht auch okay noch aus. Das ist jetzt kein Martial-Arts-Film, ne, aller bester Güte. Aber so, dass ich sagen muss, ja, ist halt dadurch auch funny. Weil eigentlich, sie ist ja jetzt nicht die große Kämpferin, aber gerade am Anfang stolpert sie ja mehr mit Glück überall durch. Und das ist schon ganz interessant und lustig gemacht. Und dadurch zieht der für mich schon sehr viel Humor mit rein. Und wie du sagst, wer den Trailer sich anschaut und dann sagt, ja, so eine Art von Humor brauche ich jetzt mal gerade, der kann sich den Film locker geben. Weil mit einer Laufzeit von 106 Minuten und dem sehr schnellen Tempo, ey, der geht halt so schnell um. Also, das ist so ein Zeitverbrenner. Das ist der filmische TikTok ist das. Du guckst dir das an und dann wunderst du dich, oh, jetzt schon vorbei? Och, fuck, fast zwei Stunden um. Ähm, das geht ordentlich durch. Also, was, was man dem Film nicht zugute halten kann, also die ganzen Stunt-Leute, äh, sowohl Männer und Frauen, die leisten da ganz schön viele Arbeit, weil da echt viel hin und her geschleudert, geworfen, gesprungen, gefallen, was auch immer wird. Die Inszenierung der Action ist eher, ja, sagen wir zweckmäßig, ne? Also, man sieht das, man kann es erkennen, aber da ist jetzt irgendwie nichts, nichts Ausgefallenes dabei. Also, wir haben ja letzte Woche über Mission Cross gesprochen auf Netflix, war ja auch eine Action-Komödie. Die ist da, finde ich, schon nochmal ausgefallener und cleverer, was die Action angeht. Aber einfach, also, es ist schon irgendwie bemerkenswert, da zu sehen, wie die Leute hinfallen, aber da gibt's andere Filme, die von der Inszenierung der Action deutlich besser sind. Also, ich höre raus, du sagst, der Film wäre gerade so noch okay? Möchtest du zum Fazit kommen? Ich will gerade aber überlegen, hast du noch irgendwas Interessantes sonst? Oder hast du überhaupt noch? Es muss ja nicht immer interessant sein. Also, ich hoffe natürlich, dass diese ganze Besprechung sowohl für dich als auch für die Leute, die zuhören, interessant ist. Aber habe ich zum Film noch was? Nö, ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe, ja, fast alles gesagt. Also, ich stimme dir Punkt zu. Für mich ist es immer interessant, mit dir zu reden. Ob das für die Leute interessant ist, ist mir eigentlich auch scheißegal. Das ist, ja, Leute, hört euch das an. Wenn es euch nicht passt, dann hört es nochmal an. Vielleicht gefällt es euch irgendwann. Das ist einfach durch Penetrans werden wir erfolgreich. Ich hätte eigentlich auch großartig sonst nicht zum Film. Ich kann nur nochmal erwähnen, der ist jetzt gestartet am 15.8. auf Prime Video. Snackable. Und ich bin jetzt auf jeden Fall mal auf dein Fazit gespannt. Und ich lehne mich dafür mal kurz zurück. Ja, also, ich finde, die zwei großen Stärken sind halt Aquafina und John Cena. Den Rest des Films fand ich leider echt nicht gut. Machine Gun Kelly ist ein desaströhler, also nicht ganz furchtbarer Schauspieler. Ich konnte so ein bisschen Spaß haben halt mit dem Duo. Ansonsten hatte ich hier leider, also, der ist halt, also, man langweilt sich nicht. Das kann man dem Film nicht vorwerfen, aber empfehlen finde ich auch schwierig. Also, es ist nicht der schlechteste Film von Paul Feig, aber auch definitiv nicht der beste. Ich kann eben auch irgendwie nicht wirklich böse sein. Also, der zieht halt irgendwie sein Konzept durch, sieht halt irgendwie billig aus und ist irgendwie nicht clever. Und ja, also, ist halt irgendwie schon okay, glaube ich. Aber weiß ich auch nicht. Ist halt immer die Frage, ne? Also, eigentlich müsste man sagen, nicht gucken, weil man kann mit der Zeit auf jeden Fall einen besseren Film gucken. Gleichzeitig ist halt auch so ein Film, glaube ich, für so, ja, keiner hat acht Stunden gearbeitet. Und irgendwie Freitagabend denkt man dann so, boah, ich kann ja auch meinen Kopf jetzt nicht mehr groß beanspruchen. Da braucht man ja manchmal so Filme zum Abschalten. Auch wenn es da viele, viele bessere gibt, der ist dafür, glaube ich, trotzdem in Ordnung. Aber ich, ja, ich bin, ne. Also, ich fand den nicht gut, aber der ist auch nicht absolut furchtbar. Ja. Wie fandest du den? Ja, ich bin wahrscheinlich auf der ganz anderen Seite des Tisches gerade. Ich fand den wirklich gut. Also, ich fand den richtig unterhaltsam. Es ist halt für mich, du hast es fast schon angepriesen, es ist halt ein Konzeptfilm. Er hat ein Konzept, das zieht er halt durch. Das ist so ein Konzept à la Running Man mit einer kleinen Abänderung. Und das hat mir schon richtig Spaß gemacht. Ich bin halt auch so ein Sucker für so, ja, Battle Royale Filme. Und mir hätte da noch ein bisschen mehr Härte, natürlich, wie immer, gefallen. Aber der Humor, obwohl der wirklich sehr infantil ist, hat für mich gerade in dem Zusammenspiel der beiden Protagonisten super gepasst. Ich sehe es aber auch jetzt nach unserem Gespräch, so wie du bei einigen Punkten. Ja, Simo Liu, den hätte man jetzt nicht so gebraucht, den Part. Aber den noch, muss ich sagen, für die kurzzeitige Unterhaltung. Und ich sage gar nicht mal Berieselung, weil das dem Film nicht gerecht wird. Weil der hat auch schon ein paar geile Anspielungen in Easter Eggs. Wie gesagt, ich werde mir den auf jeden Fall noch mal, vielleicht auch mal im Deutschen mal ganz geben und gucken, wie er da kommt. Und er geht ja, wie gesagt, schnell weg. Ich finde, es ist eine unterhaltsame Action-Komödie. Ich finde ihn auch ein bisschen schwächer als Mission Cross. Aber auch nur, weil da die Action halt deutlich besser ist. Für eine Action-Komödie mit einer schönen Partnerschämie ist das auf jeden Fall ein schöner Film. Ja, hat er gefallen. Sehr gut. Ich würde also eine leichte Empfehlung aussprechen. Aber mit dem gleichen Tipp, den du schon vorhin gegeben hast, guckt euch einfach den Trailer kurz an. Wenn ihr sagt, ey, cool, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, schaut euch den ganzen Film an. Ihr werdet dann nicht enttäuscht. Wenn ihr den Trailer guckt und sagt, ne, das ist ja komplett dumm, dann lasst es. Wer vielleicht eine Action-Komödie haben möchte mit besserer und vor allem blutiger Action, der kann sich auch ganz Akimbo angucken mit Daniel Radcliffe. Den fand ich zum Beispiel viel, viel besser, auch wenn der deutlich mehr Action ist. Aber das ist auch schon so ein stumpfes Geballere, wo es halt auch darum geht, dass eine Person zufällig in so ein Todesspiel reinkommt. Also ganz Akimbo, da auf jeden Fall Daumen hoch. In allen Filmen, wo Daniel Radcliffe mitspielt, überwiegend Daumen hoch, weil der spielt halt auch einfach richtig abgefuckte Rollen, ne, nach seiner Harry-Potter-Zeit. Das macht richtig Spaß, dem zuzusehen. Und der kann halt auch ordentlich was. Kann ich nur so unterschreiben. Oder guckt euch, wie gesagt, Bullet Train an. Ist auch eigentlich, auch viel Action, auch Komödie. Macht auch Spaß. Ja, das wär's von mir. Bevor ich dich verabschieden lasse, erwähne ich natürlich nochmal gerne, wo könnt ihr den ganzen Kram hier immer hören. Überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich da, wo es Likes gibt, könnt ihr uns natürlich auch liken, folgen, abonnieren, deabonnieren, wieder abonnieren, deabonnieren und wieder abonnieren. Äh, dass da mal ein bisschen Traffic kommt, ne, bei den Sachen. Und natürlich auch gerne kommentieren. Und wer Highclass kommentieren will, kann natürlich auch bei uns in den Discord-Channel reinkommen. Da sind wir auch immer ordentlich am Diskutieren und auch am Blödsinn schreiben. Also, es ist auch eine unterhaltsame Sache. Ähm, vielleicht ist auch so eine Mischung wie der Film. Für den einen mal unterhaltsamer, für den anderen mal weniger unterhaltsam, was im Discord abgeht. Aber immer, immer viel Spaß beim Reinschauen da. Und wir schreiben da natürlich auch selber mit. Da könnt ihr auch mit uns auch in Kontakt treten. Dazu haben wir natürlich auch unsere Homepage, äh, nämlich www.tele-stammtisch.de. Dort findet ihr dann den ganzen anderen Kram auch noch, ne. Auch nochmal die Podcasts, hin und wieder auch noch coole Gewinnspiele. Auch immer eine Empfehlung wert. Und nachdem ich jetzt diesen ganzen Werbefall abgespult habe, ähm, sag ich schon mal auf jeden Fall, ähm, tschö. Und überlasse Johannes dem besseren und gutaussehenderen Teil von Joro, jetzt das letzte Wort. Es ist natürlich immer wieder wie ein Jackpot zu gewinnen, mit dir aufzunehmen, um vielleicht noch den Film zusammenzufassen. Ich sag euch jetzt noch, wie die Rolle von Simo Leo im Film heißt. Sie heißt nämlich Louis, Louis. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail, sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.